Die Welt wird immer blöder. Ich sag das doch, das ganze Leben ist ein Graus. Was sagen Sie, wenn Sie mit dem Handy telefonieren? Erster Satz, wo bist denn du grad? Du das, wenn ich früher zu meiner Mutter gesagt hätte, die hätten mich in die Hupfler, die hätten mich fort, weil meine Mutter hat immer, wenn sie mit mir telefoniert, hat in der Küche gestanden am Telefon. Die war nicht woanders. In Bamberg sehe ich Jan Mo, der hat sich am Bahnsteig viermal bereits mit dem Handy fotografiert. Bin hier, hab ich gesagt, Master, wenn Sie telefonieren wollen, drehen Sie Ihr Handy einfach rum. Da sind Knöpfe dran. Ach Gott, oder Facebook, Twitter, da schreien die Leute Dinger rein. Das sagen die dir am Stammtisch nicht. Aber da sagen sie es, eine Millionenpublikum. Bummstig bei Sonny hat jetzt ein Hacker reingefischt und gleich 70 Millionen Daten hat der. Ja, früher, wenn sie den Brief aufgemacht hat, hat einer das gewusst. Aber jetzt Millionen, Millionen. Ja, und Milliarden haben zugeschaut bei dieser Hochzeit. War das eine Hochzeit? Die KG, ein langes Kleid, ein Kotzekuss. Tja, und jetzt hat er schon Probleme. Jetzt muss er schon fort. Der Mo muss fort. Siehst du das? Auch bei denen, die stinken vor Geld. Und der Mo muss fort. Bitte. Und Dortmund Deutscher Master. Und wer hat mich gespielt? Der Klub. Und was hat der Roman Weidenferner hinterher gesagt? Im besten Lothar Matthäus Englisch. I think we have gespielt. A grandios season. All we are a famous team. Genau. Genau. Was hat der Lothar mal gesagt in New York? I hope we have a little bit lucky. Das hoffe ich feier auch für Sie. Ade. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.